Kartoffeln lecker und gesund Die Kartoffel, auch Erdapfel genannt, ist die am viert häufigsten angebaute Nutzpflanzen nach Reis, Getreide und Mais und weltweit ein wichtiger Bestandteil verschiedenster Speisen. Kartoffeln zählen zu den Grundnahrungsmitteln, die bei vielen Gerichten Verwendung finden. Kartoffeln schmecken nicht nur vorzüglich, sie sind auch sehr nahrhaft. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie wichtig Kartoffeln für Ihre Gesundheit sind. Kartoffeln helfen beim Abnehmen. Sie wollen abnehmen? Kartoffeln enthalten viele Kohlenhydrate und komplexen Nährstoffe. Eine gekochte Kartoffel hat nur 26 Kalorien und ist ein idealer Bestandteil Ihrer Ernährung. Dieses Lebensmittel hat zudem einen geringen glykämischen Index und sorgt dafür, dass Sie sich schneller satt fühlen, was bei High-Hunger-Attacken sehr vorteilhaft ist. Kartoffeln helfen gegen Stress. Kartoffeln sind reich an Vitamin B6, das wichtig für die Zellerneuerung ist, das Nervensystem unterstützt und für einen ausgeglicheren Gemütszustand sorgt. 100 g Ofen Kartoffeln enthalten 21% des täglichen Bedarfs an Vitamin B6. Außerdem produzieren Sie ein Hormon namens GABA, Gamma-Aminobutersäure, das gegen Stress wirkt und für besseren Schlaf sorgen kann. Kartoffeln reduzieren Entzündungen. Falls Sie an inneren oder äußeren chronischen Entzündungen leiden, können Kartoffeln auch hier Abhilfe schaffen. Eine im Ofen gebackene Kartoffel ist leicht und gut zu verdauen und hilft bei Reizungen. Um äußere Entzündungen zu beruhigen, müssen Sie nur eine rohe Kartoffel auf die betroffene Zone reiben, dies gilt auch für Mundgeschwüre. Kartoffeln sorgen für eine bessere Hirnfunktion. Kartoffeln sind reich an Kupfer und Eisen und fördern die Gehirnaktivität. Eine Backkartoffel ohne Salz kann für eine bessere Gedächtnisleistung sorgen. Mangan, Kalium, Vitamin B6 und Vitamin C sind dafür bekannt, die Gehirnfunktion zu stimulieren. Auch die Nervenzentren reagieren auf positive Weise auf die Fettsäuren und Aminosäuren, die in den Kartoffeln enthalten sind. Kartoffeln gegen Nierensteine. Der Harnsäurespiegel im Blut ist ein wichtiger Faktor bei Nierensteinen. Betroffene können mit dem Verzehr der Kartoffelschalen Abhilfe schaffen, da diese reich an Kupfer, Mangan, Kalium und B-Vitaminen sind. Kartoffeln halten den Darm gesund. Die Kartoffel ist ein hochwertiges Lebensmittel mit einer großen Menge an Ballaststoffen. Schon eine Ofenkartoffel enthält fast 12 Prozent der täglich benötigten Ballaststoffe und weist dabei ähnliche Ballaststoffwerte wie Vollkorngetreide, Vollkornnudeln sowie Cerealien auf. Um das Beste aus den Kartoffeln herauszuholen, sollten Sie diese gekocht oder als Ofenkartoffel mit Schale essen, der diese viele Ballaststoffe, Flavonoide und andere Bestandteile enthält. Meiden Sie frittierte Kartoffeln, Pommes frites, die in Öl zubereitet werden. Bratöl verstopft die Arterien und Pommes frites beinhalten nur leere Kalorien.